Eigentlich haben wir mehr als genug Heil-Items. Gerade das Erste-Hilfe-Spray, was ja auch gegen Vergiftung hilft. Glaube ich zumindest, dass das so war. Ich glaube, das Erste-Hilfe-Spray ist ja das ultimative Heilungsmittel. So, gehen wir mal... Wo waren denn jetzt noch solche Typis? Das sind Schwer dann auf jeden Fall hier in der Halle. Aber ich weiß gar nicht, ob es uns was bringt, wenn wir rausgehen. Ähm, erst mal... Wer hatte die Figur? Billy, ne? Ja. Ach man, kann ich die nicht direkt verwenden? Blöd. Ausforschen... Kriegst du den Schlüssel? Ich schnapp mir die, äh, Statue. Verwenden. Kombinieren. Zack. Perfekt. Ähm, nein. Ich würde gerne... Statue des Bösen verwenden. Gut. Ich würde gerne was gucken. Warte mal, wo war denn das? Hier war es nicht. Gut, jetzt rennen wir halt nochmal einmal rum, von mir aus. Hier waren wir schon drin, ne? Hier wollte ich nochmal rein. Waren hier nicht auch solche Ritter, die die Tür versperrt haben? Aber ich glaube, da kommen wir erst ganz viel später hin. Na klar, warum nicht? Na komm, wir blühten Insekten. Was sind sie denn? Doch, da kommen wir schon durch. Was gab's denn hier? Ah ja. Das ist aber noch völlig irrelevant hier. Wollen wir hier nochmal trotzdem irgendwas entdecken? Die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüssel zu geben. Ja, hier brauchen wir diese komischen drei Tafeln. Alles klar. Jetzt habe ich so ein blödes Kratzen im Hals. Ähm. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. In der Hoffnung, dass das blöde Kratzen im Hals weggeht. So. Ähm. Warte geht's. Also doch nach draußen. Wie ich es mir gedacht habe. Ich wollte aber einfach nochmal hier gucken. Aber jetzt wissen wir ja, wo es hier lang geht. Ähm. Ähm. Hä? Ähm. Ähm. Ich habe mich direkt. Ähm. Warte mal, wir finden ja auch so eine blöde Augebatterie. Dafür brauchen wir ja auch Chemikalien, fällt mir gerade ein. Ei, ei, ei. Genau, jetzt sind wir nämlich hier draußen. Jetzt könnte man denken, ja, wir sind draußen, wir können gehen. Und dann ist hier die Brücke kaputt. Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Aber da weiß ich noch, als es aus der Mariere war, da habe ich gedacht, ja, wir können endlich raus hier und dann sowas. Ja, so leicht macht es uns das Spiel leider nicht. Ein stabiles Drahtgitter, trotz seines Alters, ist es gut in Schutz. Also wie lange steht denn das hier schon so, dieses Haus? Dass hier alles schon uralt und verrottet ist und was weiß ich nicht alles. So. Keine Reaktion. Die Strumpfuzur, 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 Strumpfuzur scheint unterbrochen. Ein stabiles Drahtgitter, gut. Also hier kommen wir tatsächlich nicht, warte. Ich dachte, hier finden wir noch irgendwas. Dann lass uns mal reingehen und nochmal die Karte checken. Da kommen wir noch nicht rein, weil da brauchen wir irgendwie einen anderen Schlüssel. Einen anderen Anlageschlüssel. Es gibt ja, glaube ich, drei Stück. Ich glaube, es gibt drei. Also zwei auf jeden Fall. Eins hoch. Da kommen wir nur mit der Kerze rein. Da brauchen wir noch so einen blauen. Also ich werde einfach mal in der komischen Küche gucken. Vielleicht reicht ja da doch der Rote. Ich weiß es jetzt nicht mehr, welche Farbe die Tür hatte. Wo kommt denn der her? Wo kommt die her? Seit wann können Zombies Türen aufmachen? Schön. Ah, es war auch eine Rote. Sehr gut. Wer von euch hat diesen Schlüssel? Rebecca. Sie haben den Anlageschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr wegwerfen. Ja. Nimmt nur Platz weg. So. Was haben wir hier Schönes? Brennflüssigkeit. War das für die Batterie? Bin gerade noch am Rietzeln. Jetzt haben wir sonst noch ein rotes Kraut. Eine leere Flasche. Ja, weil die Molotow-Cocktails haben wir ja mit dem Benzin gemacht. Aber sonst gibt es hier nichts. Die blöde Flüssigkeit. Ich bin ja ein bisschen veräppelt. Ich dachte, wir kommen jetzt hier übelst total voll weiter und so. Hm. Jo, da. Was haben wir da? Da. Ist der Mist? Den brauchen wir nicht. Oder brauchen wir das für die Kerze? Damit die wieder funktioniert. Das kann natürlich auch sein, dass wir da die Brennflüssigkeit für diese komische Kerze brauchen. Ja, das war das hier. Weil das ist eigentlich jetzt der einzige Weg, den wir noch überhaupt nicht gegangen sind. Aber hier sind wir dann ganz oben. Und hier sind wir dann noch weiter oben. Wie ist das hier? Also, das ist... Ach, wir fangen wieder vom Keller an. Okay. Alles klar. Ja, dann versuchen wir es einfach mal mit der Brennflüssigkeit bei der blöden Kerze. Ähm, wie müssen wir da jetzt nochmal laufen? Wir sind jetzt hier unten. Das ist nicht durch, dann hoch, ne? Was hoch, oder? Ja, es war hoch. Hoch, dann die... Da rein und da rein. Alles gleich. So. Tür auf. Tür auf. Okay, wir hören auch die Uhr von hier aus. Weil hier... Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Die einfach nur wahr ist. Brauchen sie jetzt nicht. Oder... Oder... Aha. Danke. Das Feuerzeug von Biddy war nämlich leer. Dann macht es natürlich Sinn, dass es nicht funktioniert. Ich frage mich immer noch, was das hier für Mechanismen sind, die hier in dieses Haus eingebaut wurden. Man macht eine Kerze an und die Tür geht auf. Geil. Das ist wirklich die sicherste Tür, die es gibt. Man macht einfach nur die Kerze an und die geht auf. Wahnsinn. Da bringt es noch nicht mal, wenn man die Kerze wegbringt. Da kann einfach irgendjemand eine neue reinstellen. Ich werde es schauen. Ich habe es noch. Okay, komm mal. Oh, nein. Da steckt einfach irgendjemand eine neue Kerze rein und dann... Ja. Jetzt komme ich hier auch rein. Oh. Ich bin beeindruckt. So. Komm, guck mal hier. Das können wir verschieben. Das ist ja sowas von offensichtlich. Und das Buch des Guten. Buch des Guten mitnehmen. Buch des Guten untersuchen. Buch des Guten öffnen. Engelsflügel rausnehmen. Und jetzt hier rausgehen und... Ja. Also ich glaube, man schafft es wirklich hier durchzukommen, ohne zu speichern. Und da muss man halt wirklich, äh... Ganz genau wissen, was man zu tun hatte. Also ich habe, wie gesagt, das Spiel damals beim letzten Let's Play-Dosh-Lauf gespielt. Noch auf der GameTube. Und das ist ja nun auch schon mal da. Mindestens fünf Jahre her. Und da ist klar, dass man sich nie mehr an alles erinnert. Aber an vieles. So, Sesam, öffne dich. So. Ähm. Wir können jetzt auch passenderweise nur noch eine Statue von der Waage nehmen. Kombinieren. Zack. Und schon haben wir es. Und verwenden. Und ein Geheimgang offenbart sich für uns. Och, Rebecca, du stehst immer wieder nur im Weg. Oh, genau. Das Bild ist nämlich weggegangen. Und hier geht es dann plötzlich nach unten. Aber, Leute, ich würde sagen... Ich werde jetzt, äh... Gleich abspeichern gehen. Das können wir auch noch zusammen machen. Ich werde jetzt abspeichern gehen. Und wir die Aufnahme hier an dieser Stelle beenden. Weil ich habe immer noch dieses blöde Kratzen im Hals. Außer, dem muss ich immer was essen. Hab heute nur gar nichts gegessen. Und... Mal gucken, wie oft noch speichern müssen, um das Spiel hier zu beenden. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Resident Evil Zero. Bis dahin, Leute. Und tschüss, tschüss.